Ja, willkommen zum nächsten Tag, diesmal wieder auf Deutsch, von Peter, Philipp und Dominik zum Thema UML und SysML Code Generation. Ich übergebe an den Peter. Weil wir uns ja schon so lange kennen. So, herzlich willkommen von meiner Seite. Nach dem Mittagessen ist es am schlimmsten, ich glaube das ist der zweitschlimmste Moment eines Vortrages. Aber ich hoffe es ist recht kurzweilig und wir versuchen auch sehr viel live zu machen und nicht nur viel bla bla. Nichtsdestotrotz möchte ich euch nicht ersparen, wer wir sind. Und zwar die Firma Spark Systems ist der Hersteller des Produkts Enterprise Architect. Wer von Ihnen kennt Enterprise Architect vielleicht schon? Okay, ein paar. Zahlt sich doch aus, dass die TU eine Lizenz hat für alle. Könnten noch mehr sein. Enterprise Architect ist eines der Modellierungswerkzeuge, die sich sehr stark auf den System-Engineer und Software-Engineer fokussiert hat. Und das, was wir in Europa machen, ist natürlich deutschsprachiger Support. Und das jetzt in Wien und nicht in Deutschland. Was für eine Überraschung. Aus Sicht von Australien ist Wien auch wirklich zentral in Europa. In Europa bieten wir natürlich zusätzliche Dinge an, wie deutsche Dokumentation, deutsche Handbücher und so weiter. Training und Consulting. Und wir sind auch in der Forschung sehr aktiv. Beispiele mit der TU Wien gemeinsam. Arbeiten wir an Industrie 4.0. Oder mit der FH Salzburg im Bereich Smart Grid Computing. Gibt es einige Forschungsaktivitäten, die wir gemeinsam durchführen. Auch an EU-Projekten sind wir beteiligt. Weltweit, ja, Spark Systems ist weltweit ziemlich verbreitet. Es gibt über 350.000 Anwender mittlerweile. Es gibt Sister Companies, wirtschaftlich unabhängige Firmen, die halt Enterprise Architects in verschiedenen Ländern entsprechend publizieren und vertreiben. Von den Branchen, ich spreche auch noch ganz schnell drüber. Wir haben es geschafft, irgendwie von hinten herum in die Firmen reinzukommen. Das liegt ein bisschen auch am Produktpreis und an den Funktionalitäten, die wir bieten. Das heißt, wir sind klassisch von unten nach oben in Unternehmen hineingekommen über die Entwickler, die gesagt haben, hier, das ist ein Tool, das mir weiterhilft. Und schon langsam hat sich das Unternehmen verbreitet. Mittlerweile sind es auch strategische Entscheidungen. Der größte in Österreich sind, ich glaube, das ist die einzige gemeinschaftliche Entscheidung, die eine Sozialversicherung je getroffen hat. Also alle 27 Versicherungsträger in Österreich haben sich auf das Produkt Enterprise Architect geeinigt. Und in Deutschland sind stark Automobilindustrie, Luftfahrtindustrie, aber auch Bankenversicherungen. Komme ich auch gleich noch dazu. Warum ist da auch LieberLieber vertreten? Ich habe vor zwei, drei Jahren beschlossen, also ich bin der Gründer von Spark Systems und auch von LieberLieber. Das Firma Spark Systems steht exklusiv für das Produkt, für Tools und Consulting rund um das Produkt. Und LieberLieber macht alles, was sonst verboten ist. Also sprich Integrationen in Fremdwerkzeuge, Anpassungen des Produkts und so weiter. Und das macht man einfach deswegen, damit das Produkt selber nicht auf einmal eine unglaubliche Vielfalt von kundenspezifischen Erweiterungen bekommt. Das macht eben dann lieber, lieber. Was ist Enterprise Architect jetzt noch genauer? Es gibt eine Studie, die ist von der TU München in dem Fall. Das modellbasierte Softwareentwicklung gibt es ja schon seit über 20 Jahren. Das ist nicht ganz was Neues. Das was Neues ist, das mittlerweile auch sich stetig verbreitet in den Unternehmen, vor allem in größeren Projekten. Aber was ein bisschen ein wichtiger Indikator ist, dass wenn man sich so ein Prozessmodell anschaut, in der Automobilindustrie ist das V-Modell sehr bekannt. Es gibt auch Agile, ProJile oder Agile, Waterfall, was weiß ich einmal für Prozessmodelle. Das ist uns einmal prinzipiell egal. Aber was man merkt ist, dass der Aufwand für modellbasierte Softwareentwicklung speziell in der Anfangsphase höher ist. Und der Nutzen eigentlich erst in der Implementierungsphase, beziehungsweise dann beim Testen und Rollout steigt. Und weil das so ist, sind viele Manager auf dem halben Weg verhungert. Die geben auf und sagen, na machen wir es doch so wie früher. Die fallen in Panik und geben dann die modellbasierte Softwareentwicklung leider wieder auf. Nämlich genau zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich anfangen würde sinnvoll zu werden. Und das ist etwas, was man wissen muss. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man relativ früh schon sich mit dem Thematik auseinandersetzt, dass da Nutzen auch mal entstehen kann. Und da möchte ich eine ganz interessante Zahl sagen. Wie viele Servicefälle glaubt ihr, in der Automobilindustrie sind auf Software zurückzuführen? Also sagen wir mal Handzeichen, sagen wir 10%. Wer glaubt 10% aller Servicefälle? Wer glaubt 100%? Okay, in der Mitte 50%. Okay, also es sind 50%. 50% aller Servicefälle von modernen Autos sind auf Softwarefehler zurückzuführen. Und das ist natürlich dramatisch. Woran liegt das? Ein kleines Beispiel aus einem ABS-System kennt man mittlerweile auch. Das ist das System, das dann funktionieren soll, wenn es rutschig ist und der Reifen durchdreht oder zu blockieren droht. Und das soll genau dann funktionieren. Mittlerweile arbeiten bei der Firma Continental 160 Softwareentwickler, die nichts anderes machen, als Antiblockiersysteme programmieren. Die Komplexität ist mittlerweile so hoch, dass man das eigentlich mit manueller Tätigkeit kaum noch in den Griff bekommen kann. Auch Sicherheitsnormen. Ohne Modelle kommt man beim Dokumentationswahnsinn um. Und genau das ist einer der Gründe, warum modellbasierte Softwareentwicklung sich dann letztendlich doch rechnet. Aber vielleicht nicht beim ersten Mal. Mittlerweile gibt es auch sehr viele Standards, die auf Enterprise Architect beruhen. Der populärste oder unpopulärste, wenn man so will, SEPA. Den haben Sie alle, jeder der ein Konto hat, hat diesen SEPA-Standard zu spüren bekommen mit diesen langen Nummern. Das ist ein Bankstandard. Dieser Transaktionsstandard wurde mit Enterprise Architect modelliert. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Beispiel ist, aber es ist ein gutes Beispiel, wie viele Banken sich auf einen Standard einigen können. Autos in der Automobilindustrie. Also ganz viele Branchen, die den Enterprise Architect auch als Standardisierungswerkzeug verwenden. Im Sinne von auch, ein Bild zeigt mehr als tausend Worte. Von den Preisen her, da springe ich auch drüber. Die Angeberfolien sind für die Amerikaner wichtiger als für die Österreicher. Also ich würde sagen, da springen wir drüber. Was mir sehr wichtig ist, dass der Enterprise Architect nicht nur ein blödes Tool ist, sondern eine Plattform darstellt. Das heißt, man kann auf Basis dieses Tools viele Erweiterungen gestalten und es auch sehr leicht an seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Unten ist natürlich eine Datenbank. Also das unterscheidet sich auch schon mal von vielen UML-Modellierungsplattformen, dass da eine Datenbank ist. Es gibt ein eigenes Datenmodell. Es gibt eigene Erweiterungstechnologie. Und das, wie wir uns heute anschauen, ist eine dieser Erweiterungstechnologien, der sogenannte Embedded Engineer. So, ganz kurz die Highlights von Enterprise Architect, dann gebe ich auch schon Ruhe. Wichtig ist die Möglichkeit zu dokumentieren, automatisch. Also aus dem Modell heraus Dokumentation zu erzeugen, egal ob das Anforderungsdokumente oder Programmierdokumente sind. Es gibt auch die Möglichkeit, bestehenden Source-Code zu importieren, zu reverse-engineeren, wie es heißt, und dann automatisch eine Doku zu generieren. Ja, es gibt einige, die machen das auch wirklich so. Also ohne Kommentar. Source-Code ist die Wahrheit. Mittlerweile ist der Trend ein bisschen umgekehrt, dass man vorher modelliert und dann dokumentiert. Aber es gibt halt viel bestehenden Code, wo man einfach mal verstehen möchte, was da drinnen steckt. Die Möglichkeit, im Team zusammenzuarbeiten, vor allem auch über Unternehmensgrenzen hinweg, ist verstärkt worden. Und es gibt einige neue Profile in Enterprise Architect. Möchte ich auch nicht so zetteliert darauf eingehen. Schauen wir uns ein paar Bilder dazu an. Sind leicht verschwommen. Prinzipiell kann man den Enterprise auch, was die Themen betrifft, wie es aussehen soll, sehr gut gestalten. Ist nett. Dokumentengenerierung, beziehungsweise dann auch noch die Möglichkeit, sogenannte Dashboards zu haben. Das heißt, ich habe nicht nur die Modellinformationen, die Programmiersprache, sondern auch sage, okay, wie viele sind approved, wie viele sind proposed, was für Klassen haben welche Bedeutung, kann ich auch entsprechend visuell darstellen mittlerweile. Was auch nett ist, was sehr stark kritisiert wurde in der Vergangenheit, dass manchmal die Erfassung von Modellelementen ein bisschen kompliziert ist und Word immer noch einfacher ist. Wer glaubt es, ist der Marktführer in der Spezifikation von Software? Womit wird der meisten Software spezifiziert heutzutage. Also mit Word, ja, Word und Excel. Glaubt ihr, das ist strukturiert, nachvollziehbar, eindeutig referenzierbar? Nein. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall ein entsprechendes Datenmodell. Aber an vierter Stelle kommt schon Enterprise Architect in den neuesten Studien. Und der Wunsch vieler User war, sich wie so wie Word. Und dementsprechend gibt es jetzt auch die Möglichkeit, strukturierte Dokumente im Enterprise Architect Word ähnlich zu erfassen. Gut. Die Erweiterungen von LieberLieber. Ganz kurz, damit wir dann auch live was sehen. Die Erweiterungen von LieberLieber sind prinzipiell mehrere. Die wichtigste ist eigentlich im Bereich Autosar Engineering, also für Leute, die im Automobilbereich diesen Standort verfüllen wollen. Das, was wir uns heute anschauen, ist Embedded Engineering. Also da geht es dann darum, dass die Modelle auch direkt auf dem Chip, auf einem Prozessor, Platine laufen. Wir haben da sogar zwei mit. Einer davon ist ein Raspberry und der andere ist ein Texas Instrument. Und es gibt auch die Möglichkeit eines Web Collaborators, wo ich dann auf die Modelle im Web zugreifen kann. Wir schauen uns aber, wie gesagt, heute Embedded Engineering ein bisschen genauer an. Und da geht es einerseits darum, dass man Modelle auch simulieren kann. Das heißt, man möchte nicht nur das Modell malen, sondern möchte auch wissen, bevor man es ausführt, würde das eigentlich funktionieren. Das heißt, man möchte nicht nur Diagramme malen, sondern wirklich Modelle haben, die auch wirklich ausführbar sind. Und das ist schon etwas Besonderes, weil die letzten 20 Jahre haben 60% derjenigen, die gemeint haben, dass sie Software modellieren, eigentlich nur bunte Bilder gemalt. Und wenn man ausführbare Diagramme haben will, dann hat das auch einen gewissen Anspruch und das wird uns der Philipp nachher auch zeigen. Dann auch die Modelle zu validieren. Unternehmen hätten gerne bestimmte Validierungsregeln überprüfen. Ist das ein gültiges Modell? Sind die Bedingungen des Unternehmens erfüllt? Grenzwerte zum Beispiel. Oder Formalrichtlinien. Einfach, das sind ja nicht Programmiersprachenrichtlinien. Wenn das Klassen zum Beispiel keine Leerzeichen haben. Ich glaube, da gibt es gar keine Programmiersprache, die damit umgehen könnte. Aber es gibt auch noch viele andere Formalkriterien, die erfüllt werden können. Und im Bereich Prototyping, dass man sehr schnell aus dem Modell auch sieht, was das ausführbare Projekt sein würde. Wie kommt man grundsätzlich dazu? Ein Requirements Engineer definiert einmal ganz grundsätzlich, was er für Anforderungen hat. Der Systems Engineer macht ein konzeptionelles Modell und macht so Mockup-Objekte, so wie könnte das ausschauen. Faked, Fakes sozusagen, Simulationen. Und last but not least, der WTWell war dann die Aufgabestelle, mit dem ausführbaren Code umzugehen, dass der auch wirklich funktioniert. Die Komplexität und der Detailgrad steigt natürlich in der Zeitachse. Vom Herangehensweise schaut es so aus, ich habe ein Enterprise-Architect-Modell und ich habe externe Systeme, die zusammenhängen. Ich springe da auch schnell drüber, wir sind es dann eh auch live. Eine Klasse, eine Methode einer Klasse kann man durch eine State-Machine zum Beispiel ausdrücken oder durch Aktivitäten, Aktivitätsdiagramme. Aus diesen kann auch Code generiert werden. Diese State-Maschinen können auch verschachtelt sein. Und das, was der Embedded Engineer macht, er lässt zu, dass ich Modellergebnisse bestehenden externen Code kombinieren kann. Also man muss nicht alles, was man hat, wegschmeißen, nur weil man modellbasiert Softwareentwicklung beginnen möchte. Wie schaut das dann als Bild da mal aus? Ich habe hier eine einfache State-Machine und ich habe ein Mockup-Objekt, das ist ein virtuelles Screen, wie das ausschauen könnte. Und ich habe letztendlich eine State-Machine, ich habe UI-Sketch, das heißt im Prinzip mit Enterprise-Architect kann ich auch UI-Mockups bauen, habe das Klassenverhalten modelliert und last but not least kann ich das dann auch entsprechend simulieren. Das heißt, ich sehe einfach eine Laufzeitumgebung im Modell, nicht nur im Source-Code, Source-Code ist immer noch da, aber im Modell, was an welcher Stelle im Modell dieser Fehler oder Halbepunkt auch gesetzt wurde. Und in diesem Sinne, vergebe ich jetzt an dich. Ja, also ich zeige einmal das Diagramm her für unseren Flipchart, einmal so kurz eine Erklärung. Dieses Flipchart wird bei uns in der Firma verwendet, um einen guten Überblick zu haben über unsere ganzen Bildprojekte. Eben wie schon vorher erklärt, wir haben einen Raspberry, der holt sich von unserem internen Bildserver die Daten, wertet sie aus und schickt dann die Kommandos an den Texas Instrument und der zeigt dann den Status von dem jeweiligen Bildprojekt mit diesen LED-Lampen an. Also wenn es blau blinkt, dann bildet das Projekt gerade, holt sich die Daten, wie man jetzt hier sehen kann. Und wenn der Bild dann abgeschlossen ist, je nachdem, grün ist ein erfolgreicher Bild, rot ist ein Bild fehlgeschlagen. Ja, und den Code für den Texas Instrument, der wurde eben aus einem Diagramm generiert. Und einmal als einen groben Überblick haben wir mal hier die State Machine für die Logik, die auf diesem Gerät läuft. Ah, man sieht es nicht aus. Ah, da blitzen wir auch. Okay. So, jetzt haben wir mal einen groben Überblick über die State Machine. Also, wenn man mal anfängt ein Diagramm zu erstellen, fängt man an mit, man definiert diese Klasse. Ist jetzt in unserem Fall die Klasse Projektampel. Man kann hier bei so einer Klasse eben Operationen definieren und auch Attribute. Diese Operationen, diese Methoden werden dann später in den jeweiligen Zuständen aufgerufen. Und alle Klassen, die man hier verwendet, kann man mit einer Use-Verbindung verknüpfen. In dem Fall muss man hier, das ist bei diesem Embedded Engineer vordefiniert, dass man diese Klasse FSM, State Machine, dass man die immer verwenden muss. Die wird auch mitgeliefert, die kann man sich auch schon rauskopieren, die ist schon festgelegt. Okay. Dann, wenn man noch weitere Klassen verwendet, zum Beispiel jetzt für C-String, muss man das mit einem Interface auch verbinden. Und man kann auch noch Type-Tips machen für Int8 an das Quartee oder Pool, kann man das auch festlegen. Okay. Dann haben wir noch hier in unserem Diagramm eine State Machine angehängt. In dieser State Machine ist dann die ganze Logik von dem Gerät. Das kann man uns hier drinnen anschauen. Also grundsätzlich mal haben wir einen Initial Point. Dann wird in dem ersten Zustand einmal die Objekte für die Hardware, also für die LEDs initialisiert. Und dann fängt auch der Hauptzustand, der in einer Endlusschleife läuft, der fängt dann an. Also wir haben hier die Methode Trigger LEDs. Da gibt es wieder einen Initial Point. Und am Anfang holt er sich die Daten von dem Raspberry. Hier wird die Methode, die zuvor in der Klasse definiert wurde, Fetch Raspberry Data, wird hier aufgerufen. Dann kann man mit diesen Guards, heißt das, bei diesen Übergängen, kann man bestimmte Bedingungen festlegen, ob er in den nächsten Zustand übergegangen wird oder nicht. In diesem Fall werden Daten gelesen. Wenn Read Bytes hier Null ist, kommt man wieder an den Anfang der Schleife und die Daten werden wieder gelesen. Also ein nächster Versuch wird gestartet. Ist der Lesevorgang erfolgreich, holt man sich die Command-Data, also die Kommandos, die für die LEDs ausgeführt werden. Da gibt es jetzt fünf verschiedene Kommandos. Als Beispiel, wenn das Kommando 1 ist, dann wird eine bestimmte LED-Lampe zum Leuchten gebracht. Also man sagt zum Beispiel LED 1, dann gibt man drei Werte an, RGB und dann am Schluss noch ein Bull-Flag, ob das Licht jetzt blinkt oder nicht. Ja. Wenn man das mal so modelliert hat, muss man dann in diesen Zuständen selbst, muss man die Attribute, also die Operationen hinzufügen. Also man sagt hier eine Methode Change LED. Und dieser kann ich dann eine Behavior hinzufügen. In diesem Fall referenziere ich hier die Methode, die ich vorher in der Klasse festgelegt habe. Also Change LED. Und in dieser Change LED kann ich dann entweder, ich hinterlege wieder eine State Machine, wo ich nochmal einen ganzen Ablauf habe. Oder ich kann auch, wenn das einfacher ist, kann ich das auch kombinieren. Ich kann selbst noch Code hineinschreiben. Also kleine Operationen. Ja. Was man noch herzeigen kann. Ja, man kann auch dann noch den Konstruktor festlegen. Bei den Attributen kann man eben die Datentypen festlegen. Man kann auch eine Initial Value festlegen. Und in diesem Konstruktor, das ist nämlich auch ein Attribut, eine Operation. Und diese Operation muss man damit einen bestimmten Stereotyp versehen, damit der Code Generator das als einen Konstruktor ansieht. Und in diesem werden dann auch die Initial Values zum Beispiel gesetzt. Wie hier für den Delimiter, der die Kommandos splittet mit einem Beistrich. Wenn man dann das Diagramm fertiggestellt hat, kann man dann mit dem UML2Code, mit von M. Bennett Engineer, kann man dann den Code erzeugen. Man muss damit dadurch auf das Main Package gehen. Bei Extensions gibt es ein UML2Code. Wenn alles funktioniert hat, ist der Code richtig generiert. Und man kann sich hier dann den generierten Code auch anziehen. Also das Einzige, was man jetzt hier noch selbst reinschreiben muss, ist in dieser Main Methode den Aufruf von unserer Projektampel jetzt in dem Fall. Man initialisiert zuerst ein Objekt von dieser Ampel, ruft dann die generierte Init-Methode auf mit dem Ampelobjekt. Und dann in einer Endlosschleife ruft man jeweils dann immer wieder diese State Machine auf. Und das ist dann logisch so gelöst, dass diese Zustände haben alle, also die werden alle in einem Switch Case durchgegangen. Und nach jedem Durchgang von diesem Switch kommt die Methode wieder an diesen Punkt. Und die State Machine Methode wird erneut aufgerufen und weil sich aber der Zustand geändert hat und ein Zustandsübergang stattgefunden hat, wird dann ein anderer Switch Case betreten und dadurch werden dann diese Zustandsübergänge gelöst. Ja, und eben wie vorher schon erwähnt, mit dem zweiten von Embedded Engineer kann man den Source Code dann auch debaggen, sowohl im Visual Studio als auch direkt am Diagramm, eben mit diesem UML Debugger. Ja, was ich vorher noch erklärt habe, dieses FSM-Objekt, also diese Klasse, die ist standardmäßig schon hinzugefügt, das kann man so schon hinzufügen. Und, ja, diese Methoden, die man hier definiert, das kann man uns auch noch anschauen, zum Beispiel in ChangeLED, hier kann man dann auch noch, wenn man möchte, einen Code manuell einfügen. Ja, und für diese Attribute, wenn man zum Beispiel hier ein Array definieren will, zum Beispiel diesen Command-Buffer, wo dann diese Commandos übertragen werden, wenn man ein Array definiert, dann muss man in den, fügt man es zuerst so hinzu wie ein normales Attribut, aber dann kann man hier bei Detail kann man noch Lower Bound und Upper Bound setzen und dann wird das automatisch als ein Array angesehen. Ja, wir können auch noch kurz in den generierten Code schauen. Wir haben hier in, also es werden, wie es beim C-Code üblich ist, die Header-Dateien und die normalen Source-Code-Dateien erzeugt. Wir haben hier die Header-Files, einmal für unsere Projektampel. Das sind die ganzen Zustände, die werden also in In-Num festgelegt, das sind dann, diese werden dann, also über diese Zustände, in-Num wird dann das Switch gelegt und wir haben dann auch hier diese Methoden, die sind alle definiert und da wird überall ein Objekt von dieser Projektampel übergeben. Und in der Source-Code-Datei sehen wir dann, hier ist diese State-Machine, die in dieser Endlosschleife immer wieder aufgerufen wird und man kann jetzt sehen, dass immer über diesen Main-State, der wird am Anfang gesetzt und da kommt man als Erster in diesen ersten Zustand, der standardmäßig dieser LED-Initialation-Zustand ist. Und dann wird in diesem Zustand der nächste Zustand auf aktiv gesetzt, das ist nämlich der Get-Respirate, also der Trigger-LED-Zustand und in diesem Zustand wird dann die nächste Methode aufgerufen, wie wir hier sehen, Fetch-Respirate-Data. Und wenn man das dann ausführt, kann man das dann eben mit dem Ur-Mail-Debugger schön debuggen und das wirst du uns jetzt zeigen. Genau, also damit wir solche UML-Diagramme auch debuggen können, haben wir aber lieber lieber den UML-Debugger entwickelt, welcher auch ein Teil vom Embedded Engineer ist. Dieser UML-Debugger funktioniert so, indem man mit einer Entwicklungsumgebung kommuniziert und den Code, der dort ausgeführt wird, im Diagramm anzeigt. Hier haben wir auch schon ein paar Möglichkeiten an Entwicklungsumgebungen, also wir haben hier ein paar Extensions entwickelt, um mit frisenden Entwicklungsumgebungen zu kommunizieren. Das wäre hier zum Beispiel nochmal der Green Hills-Multi-Debugger. Mit dem funktioniert der UML-Debugger schon, genauso wie mit Win-ID von iSystem und eben auch Visual Studio. Und das werde ich auch jetzt herzeigen, und zwar ein kleines Beispiel. Das ist ein kleines Ratespiel, welches in Enterprise Architect modelliert wurde. Und um es mit dem UML-Debugger zu debuggen zu können, muss man hier jetzt das Diagramm im UML-Debugger öffnen. Der Tree View sieht hier dann eigentlich genauso aus wie im Enterprise Architect und man kann auf seine Diagramme zugreifen. Das hier ist in dem Fall jetzt die Haupt-State-Machine. Hier oben hat man immer den generierten Code, welcher eben von UML-To-Code generiert wurde. Und hier unten hat man dann das zugehörige Diagramm, das man eben debuggen möchte. Also natürlich hat ein Programm auch mehrere Diagramme und man kann dann auch, wenn man durch das Programm steppt, zu den verschiedenen State-Machines switchen. Der Vorteil hier ist es jetzt eben, dass man wirklich direkt mit seinem Diagramm arbeiten kann. Also man kann sich einen State nehmen, man kann draufklicken, dieser wird dann auch automatisch oben im Code angezeigt. Und man kann auch hier im UML-Debugger direkt Breakpoints setzen und diese werden dann eben in der Entwicklungsumgebung umgesetzt. Hierzu muss ich jetzt erstmal mit dem Projekt in Visual Studio, also ich muss den UML-Debugger sozusagen mit Visual Studio connecten. Der kommuniziert dann eben mit dieser auch von uns entwickelten Visual Studio Extension. Und das mache ich jetzt mal. Da muss man dann eben das Projekt auswählen und der UML-Debugger connectet dann zu diesem Projekt. Und ich zeige hier eigentlich nur einfach ein simples Ratespiel, wo der Benutzer eine Zahl von 0 bis 101 erraten muss. Und genau, also ich kann jetzt zum Beispiel hier bei Enter Guest, das ist ein State, da kann ich einen Breakpoint setzen. Der wird dann eben auch in Visual Studio gesetzt. Und dann führe ich die Applikation einmal aus. Zuerst wird der Benutzer natürlich gefragt, also was für eine Zahl will er raten. Und danach würde er eben in diesen Enter Guest State kommen. Also gebe ich jetzt zum Beispiel mal 50 ein. Und jetzt sieht man hier, der Benutzer ist in diesen State gekommen und deswegen hat er auch hier als Anzeige diesen Pfeil und er weiß, er ist jetzt da drinnen und kann jetzt Step für Step durch diesen State steppen eben. Und dasselbe passiert natürlich auch hier in Visual Studio parallel dazu. Und wenn ich jetzt ein bisschen weiter steppen würde, dann sehe ich auch, er switcht, wenn nötig, natürlich auch zu anderen State Machines. Wenn im Code eben zu diesen State Machines geswitcht wurde, dann kommt er auch in diese State Machines und man kann auch hier überall Breakpoints setzen und man kann halt eben direkt mit seinem Diagramm arbeiten und sieht auch schneller, wo die Fehler dann im Programm liegen. Und ja, in dem Fall war mein Rateversuch zu hoch und ich darf nochmal raten. Und so geht das dann halt immer weiter. Man kann sich sein Diagramm anschauen, kann Breakpoints setzen, kann das Ganze debuggen. und das Ziel von uns ist es einfach, dass der Programmierer dadurch eine bessere Übersicht bekommt und einen besseren Bezug, also vom Code zum Diagramm und dass er auch die Fehler schneller findet. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Ja. Da ich euch mit Marketing nicht zu viel langweilen wollte, sind wir jetzt ein bisschen schneller geworden. Gibt es jetzt zu der Möglichkeit, UML zu debakken, beziehungsweise C++ und UML zu debakken, Fragen? Kann ich nicht glauben. Ja, bitte. Ja, also die Frage war, ob wir auch andere Programmiersprachen unterstützen. Der Enterprise-Architect selber unterstützt 13 verschiedene Programmiersprachen. Der UML-Debagger derzeit ist ausgerichtet auf Embedded. Grundsätzlich ist es aber so, dass der Enterprise-Architect jede Art von Modell simulieren kann. Da geht es, das heißt, wir haben für Java, Ada, Fortran, Sie können auch eigene Programmiersprachen ergänzen, Sie können auch, es gibt auch einen Grammatik-Editor, wo Sie Ihre eigene Grammatik für eine neue Programmiersprache hinterlegen können, die dann als entsprechendes UML visualisiert wird. Also wenn Sie EBMF-Grammatik können, dann können Sie den Enterprise-Architect auch mit eigenen Programmiersprachen erweitern. Also über 13 sind standardmäßig dabei. Standardmäßig, wie gesagt, wird simuliert. Im Bereich Embedded ist es so, dass die Kombination mit Debugern, also Visual Studio ist ja kein klassischer, ist ja schön zum Herzeigen, aber klassische Hardware-Debugger, nahe Debugger sind von Greenhills, iSystems, Lauterbach, PLS, die dann auch auf dem Chip direkt debaggen können, also auf der Hardware und nicht nur auf dem Simulator. Und das ist eigentlich das Besondere und das kann eben nur dieser Debugger. Java auf Hardware ist noch ein bisschen ein Exot. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, wir stehen draußen auch auf dem Stand, falls Sie noch etwas genauer anschauen wollen und danke, dass Sie da waren. Vielen Dank.